Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, als ich letzte Woche von einem erneuten Corona-Ausbruch in einem Schlachthof der Firma Tönnies gehört habe, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ich höre wohl nicht richtig. Das passiert ernsthaft schon wieder, nachdem wir über Sommer so viele Ausbrüche in Schlachthofen hatten? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann das sein? Und jetzt werden Sie sagen, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Mützenich, Sie haben ja was getan. Sie haben ja jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das ab Januar Werkverträge in den Schlachthöfen verbieten soll. Okay, gut. Aber wo ist das Geld in diesem Haushalt für die Länder, damit das geschehen kann, was wirklich notwendig ist, nämlich mehr Personal in den Kontrollbehörden einzustellen? Das müsste doch geschehen. Aber das passiert nicht. Und dieses Beispiel, das ist leider typisch für das Handeln dieser Bundesregierung. Die Probleme sind vollkommen offensichtlich. Sie werden angeblich erkannt, aber sie werden dann trotzdem nicht gebannt. Und der Grund ist folgender. Diese Bundesregierung knickt weiterhin konsequent von den Interessen der starken und mächtigen Lobbys ein. Selbst in diesen dramatischen Zeiten ist es vollkommen unverantwortlich. Und ich frage ernsthaft, für wen regieren Sie eigentlich? Für die Menschen in unserem Land, die jeden Tag den Laden am Laufen halten? Oder für die, die einzig und allein ihren Profit im Blick haben? Und zwar Profit um jeden Preis. Leute wie Clemens Tönnies. Was sagen Sie denn den wahren Leistungsträgern unserer Gesellschaft, zum Beispiel den Krankenpflegerinnen und Pflegern, die schon in der ersten Pandemiewelle mit zig Überstunden an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gegangen sind und die jetzt weiter jeden Tag darum kämpfen, Menschenleben zu retten? Was sagen Sie ihnen? Was haben Sie für sie getan? Frau Bundeskanzlerin, wir erinnern uns alle noch gut an den Auftritt damals in der Wahlarina 2017, als Ihnen der Pfleger Alexander Jorde in aller Deutlichkeit gesagt hat, wie dramatisch die Lage in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen damals schon war. Sie haben das so zur Kenntnis genommen. Geschehen ist nichts. Und offen gesagt hat mich das damals nicht überrascht. Ich hatte von dieser Bundesregierung nichts anderes erwartet. Aber, und das muss ich Ihnen ehrlich sagen, als wir hier im Frühjahr in diesem Hause alle aufgestanden sind und für die wahren Helden dieser Krise applaudiert haben, da hatte ich tatsächlich Hoffnung. Und zwar die Hoffnung darauf, dass jetzt endlich in Ihnen die richtige Erkenntnis gereift sein könnte. Nämlich, dass die Pflegerinnen und Pfleger, die Beschäftigten im Einzelhandel, die Lkw-Fahrer in der Logistik, die Paketzustellerinnen und Paketzusteller, also alle die, wie Sie selber ja sagen, den Laden am Laufen halten, dass die endlich das bekommen, was Ihnen wirklich zusteht. Nämlich anständige Löhne, anständige Arbeitsbedingungen. Aber das ist so nicht gekommen. Im Einzelhandel sind die Einkommen während der Krise sogar gesunken. Das ist doch wirklich unglaublich. Und was meinen Sie, Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, wie sich diese Corona-Helden, die hier von Ihnen vor einem halben Jahr noch beklatscht worden sind, wie die sich heute von Ihnen behandelt fänden. Und es ist wirklich ein fatales Signal, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, dass sie ernsthaft keine Mittel und Wege gefunden haben, für echte Anerkennung zu sorgen, für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen. Das wäre so dringend nötig gewesen. Aber nicht einmal die spärliche Corona-Prämie für die Pflegekräfte, nicht mal die sind bei allen angekommen. Insbesondere Beschäftigte in privatisierten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die haben oft keinen Cent gesehen. Ist das Ihre Initiative für mehr Pflegekräfte, die wir dringend brauchen? Das ist doch wirklich ein Hohen. Wir wissen, dass viele Pflegerinnen und Pfleger in den letzten Jahren ausgebrannt und frustriert sich aus diesem Beruf verabschiedet haben. Natürlich könnte man jetzt auch kurzfristig durch deutlich höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, diese Menschen für die Pflege zurückgewinnen. Wir brauchen flächendeckende Tarifverträge. Wir brauchen auch Bonuszahlungen, die wirklich ankommen. Das wäre jetzt richtig. Und richtig wäre auch, endlich zu erkennen, dass Ihr Privatisierungskurs im Gesundheitswesen, dass das ein Irrweg ist. Es geht nicht, dass in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen gespart wird, damit private Investoren ihren Schnitt machen können. Schluss damit. Das Gesundheitswesen gehört konsequent in öffentliche Hand. Seit einem Monat, seit über einem Monat, sterben täglich zwischen 300 und 500 Menschen an den Folgen von Covid-19, teilweise nach langem, qualvollem Überlebenskampf. Hinter jedem dieser Toten steckt ein persönliches Schicksal, trauernde Familienangehörige. Die Situation ist bereits jetzt dramatisch. Und deshalb muss doch endlich alles daran gesetzt werden, die Situation in den Krankenhäusern zu verbessern. Und das gilt auch für die Pflegeeinrichtungen. Bereits jetzt mussten einige Pflegeheime wieder totalen Besuchsstopp verhängen. Zum Teil ist nicht einmal Sterbebegleitung möglich. Und das ist für die Betroffenen, für die Angehörigen schier unerträglich. Und es ist eine Tatsache, die von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, von den Kolleginnen und Kollegen der Regierung immer verschwiegen wird, wenn Sie sich hier hinstellen und über die furchtbare Lage in den Pflegeeinrichtungen reden. Selbstverständlich hat die Notwendigkeit von Besuchsverboten und anderen einschneidenden Maßnahmen auch etwas mit dem Personalmangel und der schlechten Ausstattung der Pflegeeinrichtungen zu tun. Vieles müsste nicht so sein, wenn Sie bereit wären, das Geld unverzüglich an der richtigen Stelle auch hinzugeben. Es ist fatal, dass Sie das nicht tun. Und, Herr Finanzminister, es ist auch fatal, dass Sie zwar riesige Summen zur Verfügung stellen, aber dass diese nicht zielgerichtet und effektiv eingesetzt werden. Und vor allem, dass sie nicht da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Aber viele, die jetzt die Einkünfte und Umsätze wegen der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen weggebrochen sind, die brauchen sofort Hilfe. Aber Ihre Soforthilfen, Herr Scholz, Herr Altmaier, die sind leider viel zu oft zu spät Hilfen. Die Betroffenen können gerade einmal darauf hoffen, dass die für November zugesagten Hilfen, dass die im Januar endlich ausgezahlt werden. Vielleicht gibt es jetzt einen kleinen Abschlag. So sichert man keine Existenzen, so schafft man keine Sicherheit. Wie müssen sich die vielen Hoteliers, die Restaurantbesitzer, die Veranstalter, die Künstlerinnen und Künstler, die Soloselbstständigen, wie müssen die sich fühlen, die jetzt Angst haben müssen vor der Pleite, weil ihre Hilfen nicht ankommen? Wochenlang konnten nicht mal Anträge gestellt werden, weil sie die entsprechende Homepage nicht programmieren konnten. Das ist doch wirklich ein Armutszeugnis. An anderer Stelle, da können Sie ja schnell sein, das haben Sie ja gezeigt, zum Beispiel bei den Soforthilfen für die Lufthansa. Das Milliardenpaket war schnell geschnürt. Aber natürlich ohne diese Hilfen daran zu koppeln, dass auch die Arbeitsplätze gesichert werden. Dabei hätten Sie genau das tun können und auch müssen. Jetzt sollen bei Lufthansa weltweit 29.000 Stellen bis Jahresende abgebaut werden, 9.000 davon in Deutschland. Ihre Hilfen sollen offensichtlich vor allem die Eigentümer und Aktionäre von Lufthansa schützen, aber nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist doch wirklich unglaublich. Aber leider ist das nichts Neues. Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, seit Jahren schon driftet unsere Gesellschaft immer weiter auseinander. Und daran ist ihre Politik schuld. Während Altersarmut wächst, während immer mehr Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen stecken, während die Angst vor dem sozialen Abstieg immer weitere Teile der Bevölkerung erfasst, da haben Sie vor allem ein offenes Ohr für die Interessen der mächtigen Lobbyisten. Und das ist Ihre gesamte Amtszeit hindurch schon so, Frau Bundeskanzlerin. Egal ob die Autoindustrie beim Dieselabgasskandal oder die Banken im Com-Ex-Skandal, immer konnten sich die mächtigen Konzerne und ihre Manager auf die Rückendeckung dieser Regierung verlassen. Und diejenigen, die eigentlich ihre Unterstützung bräuchten, zum Beispiel die vielen Millionen Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten müssen, die speisen Sie bestenfalls mit Brotkrum ab. Aktuell zum Beispiel mit einer mittrigen Mindestlohn-Erhöhung von gerade mal 15 Cent pro Stunde ab Januar nächsten Jahres. Also das lässt wirklich tief blicken. Ihre Politik, die treibt seit Jahren den Keil der sozialen Spaltung immer tiefer in unsere Gesellschaft. Und so machen Sie auch in dieser Pandemie weiter. Und das ist wirklich brandgefährlich. Wir haben momentan zweieinhalb Millionen Menschen in Kurzarbeit. Die Tendenz ist steigend. Für viele reicht das Kurzarbeitergeld eben nicht zum Leben aus oder um den Lebensstandard zu sichern. Eine halbe Million Menschen ist bereits jetzt durch die Corona-Krise arbeitslos. Auch hier ist die Tendenz leider steigend. Fast eine Million Minijobs sind in der Krise bereits weggefallen. Davon betroffen sind oft Studierende, Rentnerinnen und Rentner und Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Sie haben jetzt keine Möglichkeit mehr, ihr spärliches Einkommen aufzubessern. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Aber hat die Bundesregierung dafür gesorgt, dass Minijobber auch Kurzarbeitergeld erhalten? Nein. So kann man mit Menschen wirklich nicht umgehen. Wir brauchen viel bessere Unterstützung einkommensschwacher Familien. Wir brauchen einen Pandemiezuschlag auf niedrige Renten und auf Hartz IV. Nichts davon steht in Ihrem Haushalt. Das ist unverantwortlich. Und mit den sinkenden Einkommen wächst auch die Gefahr der Überschuldung. Bereits vor der Pandemie betraf das fast jeden zehnten Bürger. Wir brauchen dringend flächendeckende, kostenlose Schuldnerberatung. Das Bisschen, was Sie jetzt für die Schuldnerberatung in Ihrem Haushalt zur Verfügung stellen, das sind wieder allenfalls Brotkrum. Es reicht bei Weitem nicht aus. Aber damit nicht genug. Und das Nächste, was ich jetzt sage, das habe ich hier in den letzten Wochen schon einige Male gesagt. Aber ich sage es immer wieder, weil es wirklich ein Skandal ist. Seit Mitte dieses Jahres ist es wieder möglich, dass Menschen, die ihre Miete aufgrund von Corona-bedingten Einkommensverlusten nicht zahlen können, dass denen die Wohnung wieder gekündigt werden darf. Und außerdem erlauben Sie allen Ernstes, dass milliardenschwere Energiekonzerne, dass die wieder Stromsperren verhängen können. Und das heißt konkret, dass Menschen, die ihre Stromrechnung nicht zahlen können, und da reicht ein Rückstand von gerade mal 100 Euro, dass denen in ihrer Wohnung wieder der Strom abgeschaltet werden darf. Sie spadronieren hier lang und breit darüber, dass allen schöne Feiertage ermöglicht werden sollen, und dann lassen Sie so etwas zu. Ich finde das unglaublich. Also wirklich, die Kollegen von der Union, Sie können sich das C in Ihrem Parteinamen wirklich streichen, wenn Sie so etwas zulassen und dass Sie von der SPD da mitmachen. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Und genauso fassungslos macht mich, dass Sie allen Ernstes in dieser historischen Krise, in dieser Not, die viele Menschen betrifft, den Rüstungsetat um 1,6 Milliarden Euro auf gigantische 46,8 Milliarden Euro anheben. Das ist mehr als das Doppelte, das für Bildung und Forschung vorgesehen ist. Das ist doch wirklich unglaublich. Und Sie halten sogar weiterhin an dem Irrsinn fest, das NATO-Rüstungsziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erfüllen. Und das bedeutet, dass in den kommenden Jahren sogar noch deutlich mehr Geld unnötig verpulvert werden soll. Denn es ist unnötig. Und da kann mir hier irgendjemand erklären, wie Kriegsgerät uns bei der Bewältigung der Coronakrise helfen soll. Und das möchte ich jetzt einmal in Richtung der Grünen sagen. Also, wenn Sie als ehemalige Friedenspartei jetzt in diesem Chor der Aufrüstung mit einstimmen, dann habe ich das Gefühl, dass Sie Ihre Sonnenblume entwurzeln, um sie besser in den Wind hängen zu können. Wir als Linke, wir sagen klar und deutlich Ja zur Abrüstung. Das Geld sollte in Krankenhäuser fließen und es sollte für ein besseres Bildungssystem eingesetzt werden. Denn hier wird es viel dringender benötigt. Die Situation an den Schulen, die ist dramatisch. Investieren Sie das Geld besser in eine gute Zukunft als in den nächsten Krieg. Und für eine gute Zukunft brauchen wir allgemein mehr Investitionen in soziale Sicherung, in Infrastruktur und Forschung. Denn wie wollen Sie sonst die notwendige Energie- und Verkehrswende bewerkstelligen? Wie wollen Sie ansonsten die Digitalisierung schnell genug voranbringen? Ich meine, im Moment ist für viele Menschen auf dem Land an Homeoffice oder Homeschooling überhaupt nicht zu denken. Aber davon sieht der Haushalt nichts vor. Kein Wunder. Sie haben ja noch nicht mal gesagt, wie Sie die gigantischen Kosten der Corona-Krise finanzieren wollen. Sie wollen ja die gigantischen Schulden von aktuell fast 300 Milliarden Euro zurückzahlen. Sie legen auch einen Tegungsplan vor. Aber woher das Geld kommen soll, das sagen Sie nicht. Und das hat einen Grund. Denn im nächsten Jahr ist Bundestagswahl. Die Bundesregierung will nicht zugeben, dass das Geld nach der Wahl durch Steuererhöhungen für niedrige mittlere Einkommen, Nullrunden bei der Rente und Sozialkürzungen wieder hereingeholt werden soll. Aber genau das, das darf nicht geschehen. Und deshalb fordert die Linke eine einmalige Vermögensabgabe für superreiche Multimillionäre und Milliardäre nach dem Vorbild des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat für uns Linksfraktionen errechnet, dass eine solche Abgabe machbar ist. Und schon eine sehr moderate Form, die gerade einmal die reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung überhaupt belasten würden, die würden dreistellige Milliardenbeträge einbringen. Und das wäre wirklich nur fair. Denn viele Superreiche, die sind in dieser Krise noch reicher geworden, weil sie zum Beispiel Aktienmakete halten von Krisengewinnern wie Amazon und Co. Außerdem ist es wirklich nur recht und billig, wenn diesmal endlich diejenigen zur Kasse gebeten werden, die jahrelang, insbesondere durch ihre Steuergesetzgebung, privilegiert worden sind. Wenn wir gut durch diese Krise kommen und gestärkt aus ihr hervorgehen wollen, dann brauchen wir endlich vernünftige Politik, die sich nicht von den Interessen der mächtigsten Lobbyisten instrumentalisieren lässt. Wir als Linke kämpfen weiter für einen echten Politikwechsel, damit die Folgen der Pandemie unsere Gesellschaft nicht weiter spalten. Dankeschön. 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 Dankeschön.